Logistik-Dienstleistungen ist nicht die Kernkompetenz der Mitarbeitenden im Bereich Funk. Somit war es die wichtigste Anforderung, dass die Logistik-Dienstleistungen des externen Partners uns mit professionellen, neuen und zusätzlichen Dienstleistungen, die wir Cablex intern längerfristig nicht anbieten können, unterstützt und uns in den täglichen Arbeitsabläufen entlastet. Weiter erwarten wir, dass uns der Partner mit seiner Erfahrung und Spezialisierung im Bereich Logistik-Dienstleistungen uns hilft, die Termine und Qualitätsansprüche der Kunden einzuhalten und nachhaltig zu verbessern. Wir als Spezialisten für die Planung, Realisierung und Betrieb im Bereich Mobilfunk können uns auf unsere eigenen Kompetenzen fokussieren. Die externen Logistik-Dienstleistungen überlassen wir einem Experten. Das ist sowohl zielführend wie auch effizient. Dank der guten internen Zusammenarbeit bei Cablex und der Auslagerung unterteilt in zwei Schritten, nämlich zuerst der Blockmove des Materials nach deren Dingen ohne Prozessanpassung und erst danach in einem zweiten Schritt, die Übergabe an Fast-Log durch unsere Mitarbeitenden, ist uns die Auslagerung gut gelungen. Es werden alle Materialien wie Kabel, Antennen, aktive Systeme, passive Systeme für die Kunden Swisscom und und Sold in deren Ding gelagert.